Mein Vater ist immer Sozialdemokrat gewesen. Der ist in Erlinghausen geboren, kam dann nach Bremen und hat auch vor mit 21 Jahren noch das Dreherhandwerk erlernt. Dadurch ist er dann auch wohl, dass er an die SPD gekommen ist. Ich glaube, die hieß damals noch anders. Er war auch eine SPU. Meine Mutter war aber auch gleich mit eingetreten. So bin ich eigentlich in einer sozialdemokratischen Familie aufgewachsen. Das Klassenbewusstsein wurde uns hier eingeimpft, dass wir eine Arbeiterfamilie waren, dass alles sehr sparsam war und nichts im Überfluss. Wenn man was hört von den goldenen 20er Jahren, die haben wir ja gar nicht erlebt, die neuen 20er Jahre. Ich weiß nicht, wo sie stattgefunden haben. Jedenfalls nicht in unserem Arbeiterviertel, wo wir gewohnt haben. Und Ihr Vater war Dreher bei der Werft. Ja. Richtig. Könnten Sie mal das ein bisschen beschreiben, was so die Wichtigkeit dieser Werft für Bremen, das war der ganze Bremer Westen hat er ja wahrscheinlich verarbeitet. Ja, das war die AG Weser Werft. Das war ja die Werft in Bremen. Und wo ja auch der Dampfer Bremen gebaut wurde. Das war überhaupt noch das letzte Schiff. Und dann begann ja die Arbeitslosigkeit. Und Dampfer Bremen hatte ich auch das blaue Band erworben. Für die schnellste, was ist das? Der schnellste Schiff zu der Zeit. Ja, das war 1929. Und das war das letzte, was gebaut worden ist? Und danach war durch die Wirtschaftskrise? Dann war Schluss mit diesen Überseedampfern. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu, zur Wirtschaftskrise. Aber Sie können ja vielleicht noch mal von Ihrer Mutter erzählen. Was war Ihre Mutter für eine Frau? Und meine Mutter war gelernte Schneiderin, auch sehr sparsam aufgewachsen. Also beide ja auch mit vielen Geschwistern. Mein Vater hatte noch zehn Geschwister. Meine Mutter hatte noch sechs Geschwister. Und so war ja Zusammenhalt und Sparsamkeit. War ja A und O. Wie war das mit Ihren Geschwistern? Es war eine sehr kleine Wohnung, oder? Wo Sie... Ja, die Wohnung, die war 48 oder 52 Quadratmeter groß. Das war eine Wohnung, die bezahlbar war. Aber wir wohnen in einer Straße, in einer Geschäftsstraße, wo die Häuser auch schon ein bisschen komfortabler gebaut wurden. So damit, dass wir auch eine abgeschlossene Wohnung hatten. Nicht, dass man vom Treppenhaus aus gleich in die Zimmer kam. Wir hatten einen schönen langen Flur. Und ja, die Zimmer, die waren so 14. Also ich schätze die Küche 14 Quadratmeter und das Wohnzimmer 14 Quadratmeter. Das Schlafzimmer wohl 16. So schätze ich das ab. Und dann den Flur und was wir noch hatten, schönen großen Balkon. Das war ein plattes Dach, wo wir Kinder uns ja auch viel aufgehalten haben. Und was haben Sie so in Ihrer Freizeit gemacht in der Familie? Als Kind? Ja, so genau. Also gespielt. Wir hatten ja, wir haben uns ja auch was einfallen lassen an Spielen. So viel Spielzeug, wie es heute gibt, das gab es doch gar nicht. Wir ließen uns was einfallen. Und die Fantasie, ja Fantasien hatten wir immer. Und was hat man damals so gespielt? Wahrscheinlich viel draußen? Erstmal mit dem Ball. Völkerball gespielt auf der Straße, obwohl das eine Durchgangsstraße war. Da fuhren die Lastwagen von der Werft, von der AG Weserwerft, bis in die, durch die Stadt und belieferten, da waren ja auch die Schiffe, die wurden ja entladen. Und dann wurde das ja auch dorthin gefahren, wo es gebraucht wurde. Und somit war das eine Verkehrsstraße. Aber wir hatten trotzdem Möglichkeiten, dass wir auf der Fahrbahn Völkerball spielen konnten. Denn Privatautos gab es ja gar nicht. Hatte ja nur mal die Lastwagen. Gab es damals noch viel so Pferdefuhrwerke und so? Ja. Ja, ja. Torf. Wir hatten ja bei Bobswedel, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, da ist es ja Moorgebiet. Da wurde Torf gestochen und dann riefen die Backtorf, Backtorf. Und die Bäckereien, die haben ihre Brote und Kuchen mit Backtorf gebacken. Und der Fisch wurde Kronot, Kronot, also Krabben. Ja, so das war. Und der Eiswagen, da konnte man für fünf Pfennig noch so eine Tüte Eis kriegen. Also immer was los in Ihrer Straße? Immer was los in der Straße? Ja, ja. In der Straße war was los. Das waren auch alles vier Familienhäuser. Und in jedem Haus war auch ein Geschäft. Unten war immer ein Geschäft. Das war eine reine Geschäftsstraße. Also das war ein Arbeiterviertel, aber diese Straße war eigentlich die Avenue des Arbeiterviertels Gröppeling. Und dann wird es schaffen. Untertitelung des ZDF, 2020